Willkommen meine Freunde zur neuen Folge Wasana! Mit mir den Sky, dann noch der Tim Der Physiker ist auch da Und DemiLink So, welche Karte fliegen wir? Spanien Im Arcade diesmal, ne? Also, in der erste Runde des Tages wieder reinkommen hier Wir sind alle Russen? Nein Ja, Russen sind noch auf dem ersten Level OP Das ist einfach so Die sind... gehen sich so schnell Ja Die AG1 zwar nicht, aber ich hab ne 20mm Kanone Und die rasiert schon leicht auf 2 Nuller Beritt die anderen zum Beispiel gleich mit seiner 2 Nuller 2 Nuller Ich glaube 2 Nuller MGs und leider 2 Nuller Das ist einer 2 Nuller Egal Doch, meine SB ist 2 Nuller Ja, das stimmt Ja, doch egal Nächste Runde wird anders Da ist ne SB Geht Good move Du kannst halt eine Stunde stellen, wenn du beim Schlaftfeld ankommst Und dann wirst du meistens hier schon abgefangen von Heiken und Latzfeld Wenn man dann schon mal ein bisschen trollen will, ne? Oh mein Gott Flacken gehen die unten ab Alter Endlich war das kaputt Das B2 ist scheiße Das B2 ist scheiße Das Teil ist aber echt wendig hier Ja, die SB ist recht wendig Aber ich glaube auch, die Kiste besteht auch nur aus Holz und ein bisschen Stoff Stimmt Ist geil, was passiert Geht's los So So Wie immer So Mal ein paar Bäumkes abgeworfen So, spät Spaß Ich hab lange keine Russen mehr gesehen Das geht ganz einfach, einfach in Turnfight gehen und Kampfklappen raushauen Das ist schon gewonnen Yay Au, ich hab ja noch Bomben Ich wurde getroffen, oh mein Gott Gequittelt von der B36 Der auch Ne, du von der B36 Ich hab ihn gequittelt Nein, das gibt's nicht in der Bf 110 und über 87, ich glaube Ich meine, die Kiste ist einfach zu langsam, mir gibt's so viel Kanonfutter Schwach Helfer Bleibst du noch mit deiner SB? Was ich dem gebe, ich gebe der Base gerade alles Super Sag Bescheid, wenn irgendwas hinter dir ist Nein, nein Kein Feind bis jetzt Ich hab ja auch immer das den Piloten treffen konnte, aber okay Alter, was wird denn los? Was denn? Ich könnte verkehrt zu machen Junge, da waren eine U87 und eine Bf 110, die beide Bodeneinheiten fahren waren So wartest du Ja geil, das ist recht nice Ich bin schlechter als Sky Das ist ja nicht So, endlich die Base weg Nein, Spaß Geil ist das, was man unter einem Casual-Spieler versteht Ich glaube, das war zu unzerstört Ich hab jetzt auch ein Flugzeug kaputt gemacht, endlich Ich Sauber Oh, hinter mir ist der Buffalo F2A ist hinter mir Eine Macaroni-Schleuder Ich bin weniger als das Teil, ich hab keine Geschwindigkeit Und jetzt bin ich gepript, über mein Headshot zu töten Ja, das ist ja einfacher als als Nuller-Rating hier, was denn das? Alter Komm, mach mich doch endlich kaputt, Alter, ich will doch nur sterben Warum? Weil ich denn da scheiß SB-Bomber bin Was man raus, Tess? Keiner in Abschluss Das ist am besten Ha! Suchst du denn hier ein Thema? Ja! Geht's in der Lack 20mm Ja So Hier fliegt genug Kanonen für Zauberung, glaub mir Lack 311 Hä? Wieso ist das Ding in Weiß? Winter, Tarno Schon ein Tarnanstrich Achtung, es ist gleich der DS-Haie, 111 Was? Nicht hier ist was Ja, okay Schon sein Ernst, ne? Er greift die Base mit MGs ab an und kackt dabei ab Ja Scheiße Arsch, Alter Scheiße Arsch, Alter Alter, aber so ne Scheiße aber auch, Alter Alter Ich hasse Russen Russen sind so scheiße Alter, ich hasse Russen Nein, jetzt bitte kein Package los, jetzt bitte nicht, jetzt bitte nicht Jetzt bitte nicht Verkehrt der Welt, Alter Auf Netzwerke auf Jetzt nicht Ach fuck it, Alter Jetzt ist kein Wunder, der ist auf Punkt Ach fuck it, Alter Der rammt mich weg Jetzt wird's Zeit für die 16, Alter Ja Der TP-Shoot hat's wieder gelitten Der Beste von denen hat zwei Kills, möchte ich anmerken Respekt Sky, du bist mal besser als ich Schon wieder nur Abschusshilfe Das ist mein Flugzeug, ihr Arschlöcher Wieder nur Abschusshilfe Ja, wenn das schon von selbst im Boden fliegt, warum nicht? Ja, wenn das schon von selbst im Boden fliegt, warum nicht? Verarschen, das sind Armored Kars Geil, PC abgeschmiert Jetzt müssen wir auch dann nochmal wieder Das musste ja passieren Naja, dann verabschiede ich mich mal vorläufig aus dieser Aufnahme und werde wahrscheinlich gleich wieder reinkommen Mal schauen, zu PC mal Atomality ist geil Also, ne, ist der Physiker Das ist mein MG-Lane, super Ich weiß nicht, was wir im Mittag lernen Gibt's das auch mal Abgeschossen von der Gladiator Genau Macht nur ein Teamkiss Die Leute, die sind die Gladiator, das ist immer gut was Wieder nur Abschusshilfe, ey Schon fünfmal nur Abschuss Ja, sei froh, Alter, dass du überhaupt das kriegst Ich krieg grad gar nicht Ein Flugzeug hab ich kaputt gemacht SWATFISH! Oh mein Gott, das den krieg ich jetzt aber Oh, Mann, der breit hier raus Ach, da bin ich wieder Du hast gerade von der Front, äh, von der Teamkameran abgeschossen, ne? Du hast mir wurscht Mein Gott Und, gewinnen wir das gerade oder verlieren sie? Wir gewinnen das Beides By the way, das sind alles Armored Casts Wir können mit der MPs wegballern, ne? Armored Cast? Ja, am Boden, das sind die Bodeneinheiten Leitvehicle-Modus Kannst du selbst mit deiner SB2 drüber donnern Und mit den Gangschützen abknallen Ey Oder hast gar nichts an der BB1 Kannst du uns denn wieder zusehen? Ne, ne, das hab ich Ich wollte gerade eben in Armored Karten greifen, deswegen Ja, ich leider mal wieder ein kritisches Neuro Naja Naja Ja, was denn? Sollte ich auf die Abschüsse Ich komm an Tim ran Naja Loll 2-2-4, nein Ich fehlen nur noch 1000 Punkte Ja Ich hätt gerne noch 20 Abschlüsse mehr gemacht, aber naja Dann bin ich nen Tim dran Ist wieder leer alles, Alter Also jetzt komm, als wir jetzt Gerade komm ich ein High-1-50 an, Alter Du musstest mal die Lack 3 realistisch fliegen Und dann alles leer haben Ich glaub das wird bei dir ganz schön schnell gehen Komm, hab ich wenigstens nerven Ah, das wird wenigstens nerven 12mm Beste Staffel haben es gewonnen, Alter Sauber Yay Cooler neuer Motor Neuer Wings Repair Neuer Airframe Neuer 7mm Neuer Engine Injection Oh my god Was denn? Also gut Das ist der neuer Kurz 240 Punkte auf die Eel 28 Das hat's jetzt gebracht Das Flugwerk kaufen Neuer Kühler kaufen Neuer 20mm kaufen Neuer Motor kaufen Alter wie viel ich erforscht habe Gerade auf dieses eine Vieh nur Ich hab schon mal geschlafft in In einer Schlacht fast das gesamte Flugzeug auszubauen Aber da hab ich auch 5 Leute realistisch abgeschossen Und da waren nur 5 Leute im Gegner-Team Ich hab noch irgendwas geschafft gerade, oder? Ja Okay, doch da der neue Rumpf Wie jetzt? Okay Sky, du bist wieder dran Du müsstest mal ne neue Staffel aufmachen Du müsstest mal ne neue Staffel aufmachen, dies das Ja Oh, lass mir erst mal Zeit, dass ich mal mein Flugzeug fertig kaufen kann Du bist immer noch nicht fertig Wir brauchst du zu lange Wegen Forschung und so aufkaufen alles Ich hab das Fast das Flugzeug wieder fertig Ich lade euch alle ne Staffel ein wieder Ich sag euch noch Tschüss und einen schönen Tag Ciao Auf jeden Fall